Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Puff of Exile, Atlas of Worlds. Ja, was macht man um 2 Uhr, 46 Uhr morgen, wenn man nicht mehr schlafen kann? Man nimmt Puff of Exile auf. Ja! Ich hab mir mal eine... Oh, ist der falsche Grab? Total müde, ne? Aber gut, ich merk's, ich wollte den oben dran nehmen, aber irgendwie hab ich falsch geklickt. Ja, das gefällt dem Drager, dass man es wieder vergeigt hat. Scheinbar, ja, packt noch das Spiel. Ah, ich hab die Speed, ich wollte die Elbe mal gucken. Ja, ich hab noch einen anderen Charakter gemacht, den SRS. Also die SRS-Switch. Ähm, weil sie eben gut zum MF'n ist. Und ja, die Eis-Dinge, da muss ich noch ein paar Sachen haben. Denk ich mal, weil, ja, sie relativ schn... ja... Sie ist einfach nur zu wenig mobil, sozusagen. So. Ähm, ich hab ja den Stab hier wieder ausgerüstet. What? Hm. Ich brauche zwei Gelbe Socke. Wie geht das noch? Äh, genau, Gelbe Socke. Ich sag immer Gelbe Socke. Wie geht das bitte? Nein, zwei grüne Socke. Hopp. Du Böses. Du Böses. Ähm, Enhance. Wo könnten wir Enhance rein tun? Ja. Wir könnten umwandeln, hä? Hello. Ja, sorry, dass es eben vor kurzem nicht kam, weil ich einfach andere Charakter jetzt ausprobierte. Und ja, ich bin einfach unschlüssig. Ich bin eigentlich immer unschlüssig, was ich denn nehmen soll. Aber... Auf jeden Fall, ähm... Ja, ich... Weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ja, kostet schon viel, aber... Ich bin nicht so ein gerne so ein Handler, der hier Orbs umtascht und so. Ich hab's früher manchmal benutzt, um eben recht gute Orbs zu bekommen, aber... Naja... Hm... Ich muss zuerst einen Sockel mehr machen, hä? Dann verbinden... Ja, jetzt hab ich wieder keinen. Was ist denn los? Das Spiel ist extra so gemacht, dass es halt nicht so offensichtlich ist. Das ist halt ein bisschen... Jetzt hab ich auch noch Probleme. Ich hab ja am Anfang einem anderen gerne geholfen. Jetzt bin ich bald wieder der Noob. Hallo. Weil ich dann in so... Riesen... Äh, Ding komme. Wo's einfach schwer ist. Ja komm. Wir finden sowieso viele jetzt. Sollten ja ich... Hm. Ja, gut. So... Dankeschön. Wow, wir haben keine Orbs-Obs-Ding mehr. Gewolltes Orbs, ja. Ist doch schwer zum Aussprechen, langsam. Ja. Ich hab auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass man... Je länger man ein Spiel spielt, desto weniger weiss man von der... Von den Namen der Gegenstände oder so etwas... Schon heftigst. Hehehe. Das ist ein Diablo 2 nicht mehr weiss. Oh je. Das hab ich ja... Zehn Jahre lang gespielt. Das war mein... Ups. Absoluter... Megakracher. Das weh ich aber eh nicht hier, hä? Ähm... Wo ist das andere? Da... Da... Arctic Armor. Und hier haben wir ja ehem... So mein... Flame-Gormick gehabt. Golem-Haddy. Die Wörter. Golem ist doch so ein schwerer Name, hab ich das Gefühl. Ja sicher! Und wo? Aha! Man kann nach oben. Das ist jetzt wieder so eine Quest, wo man die Zeit nach oben... Ah ok. Oh Gott, oh Gott! Das ist ja heftigst! Wir sind immer noch so viel... Noch viel zu squishy, also... Viel zu... Schnell tot. Das ist ja heftigst. Wollen wir mal schauen, was das ist. Ah, das ist die Ding-Blut-Ding-Map-Dumps in dieser Stadt. Ah... Das können wir gleich mal... Bayond, ja. Bayond heisst's. Und eventuell hat noch andere Map-Maps. Das ist Wahnsinn. Ja, das ist klar, dass diese... Nein! Klar, jetzt kommen noch mehr. Psst, haut ab! Ihr Feiglinge! Wir müssen schauen, dass wir das irgendwie anders schaffen können. Dass man da nicht die Bayons holt. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe die Mini-Map nicht. Ja, sie sind hier. Wieso sind die jetzt so böse, die XA? Die waren doch früher nie so böse. Also da hatte ich einfach einen guten Charakter mit dem... ...Wah-Chief-Golem. Das ist ja wahnsinnig heftig. Ja, das ist jetzt einfach die Konzentration wahrscheinlich wieder so... ...nervig im Hintergrund. Weil ich ja krank bin, habe ich da Konzentrationsschwierigkeiten. Wegen... ...wegen Out-Team-Noon-Krankheit. ...und dann bin ich... ...trotzdem bin ich manchmal wirklich ein super Gamer. Aber... ...und dann ist es besonders schlimm. Ich würde mich wirklich zur Heuere schicken, wenn die Konzentration noch schlechter wäre. Ich bin richtig am aufpassen, dass ich da nicht irgendwie sterbe. Aber gut, dass die... ...Dinge jetzt so gut... ...zu besiegen sind. Das ist ja erst der Anfang... ...gewesen. Der Anfang ist meistens von den Maps einfach schwierig. So, wo haben wir denn noch? Danke, weisst du? Mega Reflect. Das schaffen wir ja hoffentlich noch. Aber wie gross ist denn die Map? Das ist ja heftigst. Da unten vielleicht. Ich mag Reflect-Monster nicht. Boah. Ja, ja. Die SRS wird dann wahrscheinlich besser gehen. Also... Das ist ja der gängigste Bild eigentlich. Das ständige MF-Bild. Und ich habe ja das Steuerrad schon. Ja, diese scheiss Wolken immer. Wellen. Heie. Heftigste Map. Ja, genau. Gib's auf. Noch mehr? Was ist denn das für eine Map? Tschüss. Hehehe. Den will ich noch mitnehmen. Hau da ab ihm, Noobs. Der Mops. Viecher. Scheisszick. Was? Nellati? Loh. Ich sterb. Um welchem Spiel? Wir kennen das Spiel, das das ist. Aber ich kenne es irgendwie bei einem Mod. Was ist ein Mod? Hm. Schön, dass man jetzt muss einfach links gehen, he? Dass man die Monster bekommt. Ist wieder perfekt gemacht. Oder nicht. Demondacker. 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 Der Demondacker. Demondacker. Er deckt die Demons auf. Ok, hier sind wir gestorben. Wo ist der Reflect-Boss? Da haben wir getötet. Ha, haben keine Chance, aber coole Map Auch das Design ist richtig cool mit den roten Käsern mit denen das von zu Minecraft passt passt irgendwie zu Minecraft So, jetzt haben wir noch eine bessere Map Auswahl Hier haben wir eine goldene Statue 36.000 ist noch zu viel Tempel, ach, nein, es ist auch 32.000 Boah Ist ja heftigst Das golden Statue Ja, schauen wir mal hier Der 6er Map So etwas könnten wir Ja, das ist zu stark Das ist zu schwer Heftigst Aber eben alles kostet Orb of Change Ich habe so wenig jetzt Na ja Also Wir brauchen bessere Altenforms So etwas wäre natürlich nicht schlecht Ich glaube, ich nehme sogar so etwas Ist auch nicht schlecht Aber so viel live warf ich nicht Hm Tja Ja Ja, danke, ja Ich habe sehr viel Glück Immer mit Deinen Mission Wie viele Beach Maps Wehe ich noch? Okay, ich habe erst wenig Aber die anderen Habe ich hier Oh, sie ist Ah, wieder eine Division Card Kann ich gleich wieder Hier hin tun So Ja, toll Weißt du Ja, ist Erwachsener Routing Wird schwer So auch zu haben Hä Müssen wir auch sparen So Den Woken könnte ich dann wieder zum Karakke Ranger Hintun Ähm Ja, jetzt muss ich schauen Was wir nehmen Wir haben hier doch eine ausgewählt Ja Wird schwer Wird sehr schwer Aber Wir probieren es einfach Gell? Jetzt haben wir mehr Auswahl Die haben noch Anarchie Dazu bekommen Nein, das war das letzte Mal auch schon Ich glaube, das Torment Spirits Ja, das ist neu Also einfach kommen dann unten Immerhin dazu Über Wie höher Das Level der Zahra ist Zahna Also So stehe ich Wieso manche Let's Player So Schwierigkeiten haben Mit der Konzentration Das ist halt auch Wegen dem Reden Und man will ja eine gute Figur machen Sozusagen Ich hatte früher immer das Problem gehabt Dass ich einfach Bisschen zu Nubi gewirkt habe Weil ich ja Schweizer Deutsch eigentlich rede Noch heftiger als andere Let's Play Also Das ist das Problem Ich bin ein richtiger Waschechter Schweizer Urbürger Okay, nicht waschecht Aber Zu 25 Ja Zu 75% Die anderen 25% Sind deutsche Urbürger Ich bestehe nur aus Urmenschen Meine Familie gab es schon vor tausenden Jahren 400 Jahre sicher So alt ist unser Bauernhof Und den haben wir umgebaut Als Dach bekommen Und Alles neue Räume Komplett neu Was sehr viel gekostet Musste ich natürlich ja mitspinnen Oha Power Charges Ach Ich mag das Spiel irgendwie wieder Das ist immer Situationsabhängig Weil Ja Ich bin heute schon erfahren Und tue mir einfach Zu harten Levels Ohne richtig gute Items an Schon klar Andere Leute Farmen ständig Oder Ich kann nicht so viel farmen Ich habe so viel zu tun Ich habe wirklich Wenige gespielt In den letzten Tagen Weil ich auch Voraus Aufgenommen habe Uh Das ist nett Das ist sehr nett Ja klar Ich habe hier nur Ah wir hatten die Ringe Gar nicht Ja stimmt Ich wollte die Ringe Noch ausfällen Na ja Seht ihr Konzentrationsschwierige Machen wir das kurz Wir haben ja eher MF-Ringe gehabt Wie scheisse ist das Wenn diese roten Teile Immer kommen Prima Gehen wir kurz raus Ja jaa Jaa Perfekt Verlangt man Wir verlamen halt Mega An Das ist halt ein Harkor Spiel Das ist gut Das ist weniger gut Das ist weniger gut Den wir hier hin tun Also hier sind sie Es ist wichtig dass sie ausrüst Ja MF-Ringe da Jaa Spell Damage halt aber Jaa Ich riste den Eier aus Jetzt Ich nehme MF-Ringe tun Ich tue mich dann sowieso zu der SRS Also Summoneration Spirit Heißt das Übrigens Das sind die Skulls die da herumflöcheln bei Co-Arm zum Beispiel Mit dem Boss den wir noch besiegen müssen in Oct 4 Gut Aber haben wir jetzt Immerhin noch ein bisschen stärker Sind wir stärker Ja Live Leads hilft zum Beispiel gegen Reflect Monster Richtig prima Ich habe immer wieder gebraucht für die Crit Schauß Dass das ja auch einer wird So immer Dinge Ich werde sicher Wahrscheinlich das Let's Play Immer weiter machen Und neue Season Dann anfangen Und Charaktere ausprobieren Ich will gerne mal von euch wissen Was wollt ihr denn noch sehen Bevor dann das neue Addon kommt Also das wurde ja noch nicht angekündigt scheinbar Aber es wird wahrscheinlich eine Erweiterung von Atlas of Worlds Weil Was machen die zum Beispiel Die Sixthands besser und so weiter Und Ja Wenn ich ein bisschen besser Englisch könnte Kann ich euch immer wieder informieren Was die die neuesten Updates so genau Gebracht haben oder werden Ich muss kurz konzentrieren So heftig Hat nämlich zwei Nicht nur einen Ja genau 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 Ja Schneller Boah Heftig Ich hätte nicht gedacht dass ich auch ohne Äh Also mit Ringe zu stark wäre Beziehungsweise So eher so schwach wäre Also eben der Ja Kann schon ein bisschen informieren Mir interessiert es ja auch Also Super Entwickler Das ich Kritiken habe immer wieder Das ist klar Das tut sich ja auch gut Also weißt du Die Fans wollen halt auch die Kritiken hören Eventuell halt nicht so gerne Damit bekomme ich halt manchmal Dislikes Aber Ja Was im Spiel halt noch fehlt und so Sachen Ist halt etwas Wissenswertes Ich kann natürlich Die ganze Zeit auch Äh positive Sachen sagen aber Ja Das seht ihr ja Ich seht's Hehehe Was ich positiv fand War dieses Hochland Also Was da also von mich zukam Das ist gigantisch geil Ja schade habe ich wieder ein bisschen Allergisch Eine allergische Reaktion Eine hoch sensible atomare Bildung Und Deshalb ist der Hals ein bisschen zu Aber Ich hoffe es stört euch nicht Weil ich bin ein Konke armer man Oh nochmals etwas Was war's Achso Okay jetzt Nein Ich habe jetzt gut Elementar Racing Ich hoffe das bringt auch etwas Ich brauche nur noch die Hörnschuhe Dann habe ich wahrscheinlich Maximum Das ist Das ist Nicht das ist So Boah es verlangt mich einfach alles ab Das Ich bin so eine Memme manchmal Ich will einfach nicht sterben Geht so schlecht Geht so schlecht So jetzt endlich mal rausgekommen Schleimschwaden Ja 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 das ist das Das ist der andere Fluch Paint Blank Ist glaube ich der Fluch Nein es ist irgendwo anders Auch irgendwas mit Naja Ähm Ja Ja Das Wissen ist natürlich immer Durchgängig Von Path of Exile Wenn ich jetzt immer Viele andere Spiele Spiele habe ich halt nicht mehr So viel Wissen Oder Kennt man manchmal die Namen der Games nicht mehr Und so weiter Aber ich bin ja immer wieder fasziniert Wie Cool manche Sachen sind Es ist auch immer toll wenn man immer wieder Faschen macht Ich spiele halt alle drei Tage vielleicht nur Und nehme halt mehr Parts auf Aber zwischendurch jeden Tag wieder Parten macht Aber da habe ich noch weniger zu tun gehabt Ich habe einfach jetzt momentan so viele Games zu spielen Und ich freue mich auf so viel Und es kommen noch mehr dazu Das ist Wahnsinn So jetzt mal wieder ein bisschen MF machen Indem wir den Tranke immer wieder saufen Tja Geht nicht so gut Ich bin einfach nicht mehr geübt Da drüben ist nichts mehr Da war nie etwas Auf jeden Fall mit SS ist es tausendmal einfacher den Trank zu saufen Es ist auch nicht ähm Leicht Alkohol zu trinken und Ember zu zucken Ahja Achje Halt auf, ihr sch... Schlim... Irgendwas Hals Was ich jetzt überhaupt nicht sagen kann Haha So, ja. Dort innen. Ah, da oben hätten wir auch doch können, okay. Die Map war eine, äh, oder T-Map. Ich weiß nicht, ob es die gleiche ist, aber die war irgendwie T12 oder so. Ja, T10. Ja, sie ist eigentlich die gleiche, einfach nicht mehr so. Ähm, sie ist eher jetzt verzweigter. An den kommen wir einfach nicht an. Jetzt, schön, nehmen wir das mit. Da haben wir schon Gold-Amulette. Ich brauche zuerst ab. Auf Chance. Und da unten. Eventuell. Schaltet die Zeit langsam. Noch vier Minuten. Ja, es ist die Map vom, ähm, Kessel in Akt 3. Was ist das für ein heftiger Boss. Da kann mich sowas von stark anbluten lassen. Yes, ich hab den Trank getrunken. Ach, schön. Ich werde jetzt solche Sachen nicht nehmen. So, äh, das kann ich nehmen. Aber vor allem die Stäbe muss ich jetzt achten. Wir brauchen gute Plus-Stäbe für diesen Bild. Hm. Tja, aber leider nix von stark. Nix stark. Also. Haben wir wieder eine super Map gemacht. Oh je. Aber eben, es war ja klar, dass es einfach zu stark ist. Um einfach so durchzulaufen. Hier ist nur Ammo. Den Ring nehmen wir. Die Kiste. Legen wir sie in die Kiste. Äh, so etwas kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Ja, auch nicht. Ich hoffe, ich mache ja kein Fehler im Verkaufen. Es kann wirklich passieren, dass wir da super Items verkaufen oder so. Also ihr müsst mich erinnern, wenn ihr seht, dass, ähm, ich hätte etwas Schlechtes verkaufen. Etwas Zu Gutes verkaufen. Die Beach-Map haben wir hier auch nochmal. Die Vela-Map können wir nächstes Mal machen. Oh, schon schlimm, aber... Ja. Ja. Äh. Das wollte ich da hin tun. Ja, genau. Das hier. Okay. Ist ja heftigst. Also machen wir die nächste Map. Also siehste die nächste Map. Und tun hier Wunderability. Wunderability. Das Wort. Und den wollte ich mir einfach verkaufen. Yes. So. Schön. Bis zum nächsten Part. Euer Drago Basle. Tschüss. 墜 Sieh. Holly Panzer.